Hallo! Ich soll sagen, ich bin der Willi. Ich weiß das doch! Meine Güte! Herzlich Willkommen zu Folge 2 oder Disziplin 2. Mal gucken, ob Johnny sich genauso doof anstellt wie beim ersten Mal. Dieser komische, nichtsnutzige Typ, der mal Fett einen auf den Arsch haben müsste. Aber gut, anderes Thema. Wir sind hier bei... Wieso schreist du einen alten Mann so an? Wir sind hier bei... Dschungelkönig! Ist das nicht irgendwie ein Verstoß bei RTL oder ein Scheiß? Das ist mir scheißegal, dass es morgen in der Jungle King heißt. Oder Hunt. Ist mir egal. Wir sind in Deutschland. Das ist Dschungelkönig. Ja. Und der Johnny springt jetzt von Liane zu Liane. Ich finde dieses Tatsat-Outfit bedenkenswürdig. Gibt es kein Ärger mit Universal? Oh Gott. Ist mir egal. Ich bin ja Rebell. Das war in dem Altenheim auch. Ja. Sonny. Dann sag ich mal was. Wir kommen jetzt ab ins Wasser. Das wäre mir persönlich zu kalt, zu nass. Sowieso hat er jetzt eine andere Haarfarbe. Ist das eine Frau? Die wechselt auch bei jeder Gelegenheit ihre Haarfarbe. Oder hat er auch jetzt einen anderen Typen? Johnny, du bist seltsam. Vielleicht gehst du noch auf Pokémon-Go-Jagd. Seltsam halt. Ich weiß nicht, was das ist. Es stand irgendwann mal in der Apotheken-Umschau. So. Ihr werden gerade Krokodile oder sind das Alligatoren? Weggemorchelt. Das kann ich natürlich als Umweltschützer jetzt nicht unterstützen. Aber ist mir egal. Diana. Die mag solche Handtaschen. Vielleicht kann ich da noch was klar machen. Verstehe? Höhöhöh. Aber in einem gewissen Alter muss man ja nehmen, was einem vorgesetzt wird. Bleibt jung. Ist nicht schön. Es hat da rote Haare. Dann bist du ein Punk. Meine Güte. Von dem wäre es nicht einfacher, einen anderen Pfad zu nehmen, als darüber zu springen. Verstehe ich nicht. Muss ich nicht. So, ich soll sagen, das Spiel besteht aus vier Ebenen. Ja, dann tue ich das jetzt. Das Spiel besteht aus vier Ebenen. Ja. Und? Ja. Spannend halt. Die drei T-Nurke bestehen übrigens nicht aus vier. Ha, ha, ha. Verstehe? Verstehe? Drei und vier. Ach, das ist für YouTube zu weit. Okay. Okay. Alter! Ich hab meine Eure hier drin, du Panemann. So, äh, da springt er jetzt drüber. Ist jetzt vielleicht ein etwas altertümliches Bild, würde ich sagen. Gibt das nicht Schwierigkeiten? Na, egal. Wer ist denn das blonde Flittchen da? Willst du meine alte Figatte kennenlernen? Ha, ha, ha. Der kommt da eh nicht dran. Das muss mal jemand mit Erfahrung machen. Ich würd sagen, das war nix, ne? Joa. Dann bin ich jetzt raus. Disziplin 3. Tüüüüss.